Seit Anfang März zeigt das DRK Landesmuseum in Geisling eine Sonderausstellung mit dem Thema Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst. An Texttafeln, Bildschirm und Ausstellungsstücken wird dabei erklärt, wie Feuerwehr und Rotes Kreuz sich gegenseitig unterstützen. Für die Ausstellung wurden Exponate aus ganz Deutschland nach Geisling gebracht. Besondere Ausstellungsobjekte sind zum einen eine 12 Meter Leiter von 1892, der Feuerwehr, dann haben wir eine Handdruckspritze, die auch schon 1889 gebaut wurde und weiterhin einen Hydrantenwagen mit entsprechendem Gerät und dann sehr viele kleinere Teile, die die Geschichte der Feuerwehr darstellen und das in Verbindung bringen mit der Entwicklung des DRK. Auch die Feuerwehr hat kräftig an der Gestaltung der Ausstellung mitgewirkt und seltene Exponate zur Verfügung gestellt. Es war eigentlich nur ein kleiner Funke notwendig und dann waren die, wie es der Name dann auch bei der Feuerwehr passend sagt, schon Feuer und Flamme und haben sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und mit uns meiner Meinung nach eine sehr gute Ausstellung kreiert. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich die Ausstellung selbst mal anzuschauen, hat noch bis November Gelegenheit dazu. Für die Zeit danach ist aber schon ein neuer Schwerpunkt geplant. Da werden wir wahrscheinlich das Thema Wasserrettung thematisieren und dort wahrscheinlich mit der DLRG, mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft zusammen eine schon Sonderausstellung aufbauen. Und sicherlich wird auch diese Ausstellung mindestens genauso spannend und interessant werden wie die aktuelle. Also nichts wie hin zum DRK Landesmuseum nach Geisling.